Jo, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Movie Days mit Friedhof der Kuscheltiere. Im Groben orientiert sich dieser Film an dem Originalfilm nicht an dem Kultroman, so wie es da oben steht, obwohl es natürlich Parallelen gibt, aber ja, es ist halt ein Film genau wie der Originalfilm, der damals rauskam und eher weniger an das Buch. Zur Story gibt es daher auch nicht viel zu sagen. Familie zieht in ein Waldstück an einer großen Straße und dahinter ist ein riesen Waldgebiet und keiner weiß so richtig, wie weit dieses Waldgebiet sich erschreckt, aber ja, das scheint auch so ein bisschen im Auge des Betrachters zu liegen bei diesem Film, weil was dahinter zu finden ist, das ist, ja, utopisch und stellt sich ein bisschen da wie im ersten Film zu Friedhof der Kuscheltiere. Generell findet man hier viele Parallelen, aber ja, die werden dann auch zum Teil leicht abgewandelt. Kameraführung finde ich hier nicht so gut an manchen Stellen. Bei gewissen Jumpscares kommen dann erwartete Szenen ein bisschen anders da, also wo man eigentlich darauf setzt, dass jetzt hier der Jumpscare kommt, passiert es aber dann, dass das ein bisschen länger gezogen wird und dann der Jumpscare einfach random eingeführt wird, also sprich, da kommt das Böse halt einfach in die Kamera gesprungen, ohne jeglichen Sinn dahinter, vielleicht weil man ein bisschen die Spannung erhöhen wollte, fand ich jetzt aber nicht so gut, hat bei mir einfach nicht gezündet. Auch dieses moderne Horror, worauf viele ja jetzt setzen, wie bei us oder wir, zündet hier einfach nicht in meinen Augen. Da fehlt die Prise gewisses etwas damit. Ja, aber gut, soll so sein. Gewisse Entscheidungen konnte ich auch nicht verstehen, die vom Original abweichen, wie hier nochmal ein Mädchen einzuführen, das als zweites Kind da ist und dann praktisch darum, Achtung Spoiler, auch ein offenes Ende gedreht wird, was so ein bisschen das Ganze unterstreichen soll oder so, keine Ahnung. Ich finde, der Plot, der hier gemacht wird, ist nicht ganz schlüssig. Der Film zündet schon nicht und dann wollt ihr noch mal einen zweiten Teil drehen, wie beim ersten Film, der auch nicht gezündet hat. Finde ich ein bisschen schwierig, also ich hätte mir eine abgeschlossene Story gewünscht. Ja, zieht sich alles, ist nicht ganz schlüssig und daher in meinen Augen leider kein guter Film geworden. Und leider war es das auch schon. Also ich kann euch den Film nicht empfehlen. Höchstens mal für einen DVD-Abend, wenn ihr euch langweilen wollt oder Leute, die sehr seichten Horror mögen. Finde ich ein bisschen schade, da wir diese Woche oder dieses Wochenende hier zwei Horrorfilme haben und wie der andere Horrorfilm ist in dem entsprechenden Video. Aber hier, wie gesagt, der Film leider nicht sehr gut geworden. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch das Schlusswort zu dem Ganzen. Hier wurde der Film empfehlen von einem Kumpel und er sagte, ich fand ihn stellenweise sehr gut. Ich mochte ihn. Und das liegt an folgender Tatsache. Buckles mag diesen Film nur, weil da drin Zombies vorkommen. Das war's von mir. Liken, kommentieren und vielleicht teilen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten bin ich raus. Euer Open Beta. Ciao.